so hallo leute was geht ab ich habe vor kurzem in der community so einen post macht am kleine umfrage und ihr habt gesagt dass ich dann fangt schon machen und deswegen habe ich vorbereitet also das sage ich das kurz ich tue mir mal kurz auch jetzt bin ich unten im eck ich habe mir jetzt ob es software und kann jetzt mit der streamen das ist sehr cool genau und jetzt kann ich sagen wie das bei mir in cuba so ausschaut und da habe ich eben vor ja ein paar dörgs an funk jam geschrieben und dann sage ich jetzt einfach weil es wollte jetzt ein funk jam ist kriegts anfang ganz einfach und wenn es lust habt und wenn euch das gefreut was ich so macht und kennt gerne diesen kanal abonnieren oder a like lassen das würde mir natürlich sehr freuen dankeschön ein Bis zum nächsten Mal. 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 So, und beim B-Teil finde ich klingen sie auch ziemlich cool. Mit Boss. Ein Boss hätte man vielleicht ein bisschen mehr slappen können, damit er ein bisschen mehr knackt und ein bisschen funkiger ist, aber... Macht ja nichts. Das war ganz cool. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.